Yo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein neues Challenge-Video zusammen mit Roussac und mit Stil. Jungs, das Video wird so lustig werden. Heute geht es darum, dass der Verlierer seinen Kopf in die Toilettenschüssel reinstecken muss und den Toilettenhaar natürlich betätigen muss. Das wird mega lustig. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wenn ihr mehr von solchen Videos habt wollt, lasst den Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann checkt die Videos von Roussac und von Stil. Wir haben auch noch Videos bei denen gedreht. Checkt die auf jeden Fall ab, sind in der Beschreibung ganz oben verlinkt. Und dann würde ich noch sagen, viel Spaß mit dem Video. Yo, was geht ab Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute bin ich nicht alleine am Start. Heute habe ich zwei Special Guests am Start. Stell dich mal vor, Roussac, Digga. Der Roussac mit der KM-Roussac ist am Start. Yo, meine Freunde, Steve B. ist auch am Start. Genau, Steve B. ist auch noch am Start, Jungs. Heute machen wir so ein kleines Quiz für Ersprich. Ich werde fünf Fragen stellen. Dafür müssen die halt versuchen, so viele zu beantworten, wie nur möglich. Und der, der drei beantwortet hat, hat gewonnen. Und der Verlierer muss eine richtig lustige Bestrafung machen. Und zwar muss der Verlierer seinen Kopf in die Toilette stecken. Oh no, Digga. Oh no, Digga. Und noch schön die Toilette anmachen. Und dann auch ablecken, Digga. Was? Ja, normal, Jungs. Digga, was? Safe, Digga. Wir übertreiben heute mal richtig. Okay. Ihr habt 15 Sekunden Zeit zu überlegen bei den Fragen. Das war jetzt gerade blöd, Digga. Erste Frage ist, wie viele Abonnenten hat Krapi zu diesem Zeitpunkt? Ihr habt genau ab jetzt 15 Sekunden Zeit zu überlegen. Aber er muss aberst? Ja, ja. Er sagt die Antwort als erstes, aber dann musst du halt direkt danach auch. Okay, Steve bist du bereit? Warte, ihr habt noch fünf Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Vier, vier, hundert, fünfzigtausend. Vier, hundert. Der hat 60.000. Wie viele? 160.000. 460.000. Was hast du gesagt? 450.000. Er hat aktuell 445.000. Oh no. Nein. Okay, die erste Runde geht an den Start. Die Toilette kommt immer näher, Mann. Fuck, Digga. Nein, Digga. Ich will nicht mein Krapfenblumen. Oh fuck, Digga. Wie viele Videos hat Marcel Skorpion zu diesem Zeitpunkt auf Marcel Skorpion hochgeladen? Digga. 50 Sekunden Zeit ab jetzt. Steal, 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 steal. 500. Mann, du hast noch 10 Sekunden. Überleg genau, Digga. Überleg genau. Komm, heraus. Du hast noch fünf Sekunden Zeit. Okay, 630. Was? Wie viel? 630. 630, ja. Okay, warte, 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 was hast du gesagt? 100? Nein. 630. 630. 630. 630, ja. Wie viel sagst du, Wussak? Oh ha, Digga. Ich sag 300. 300? Oh no, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Doch, hat er gesagt. Marcel hat zu diesem Zeitpunkt 607 Videos hochgeladen. Was, Digga? Okay, 1, 1. Oh shit. Was mit 300, Digga? Der macht, was? Der macht das halt nur so jeden dritten Tag. Digga, aber er war damals jeden Tag in einem Video rausgehauen, Digga. Ja, Digga. Black of 2 Zeit, Digga. Vergiss die Zeit nicht, Bro. H600, Alter. Digga. Die nächste Frage lautet, die dritte Frage. Wie viele Likes hat meine Triple Nuklear Life zu diesem Zeitpunkt? Ihr habt jetzt 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Überleg genau. Ich muss jetzt anfangen, ne? Ja, du musst anfangen. Du hast jetzt noch 10 Sekunden. Wie viele Likes hat meine Triple Nuklear Life auf hijacked? Ich sag schon sein. Ich sag 25.000, ich sag 19.000. Sie hat zu diesem Zeitpunkt 25.800. Oh, Digga, was? Laber nicht, Rost. Fack, Digga, du guckst doch nicht irgendwo rein, Digga. Digga, wie soll ich, ey, bis ich das Video aufgemacht hätte, das wäre zu lieb. Ja, Mann. Digga, was? 95, Digga, Alter. Ja, da hatte ich voll viele, das weiß ich ganz genau. Aber ich wusste, über 20.000, über 20.000 wusste ich, aber nicht genau wie viel. Aber über 20.000 wusste ich. In 2-1-Füro suck, Digga. Alter, wie viele Preise gibt es? Matchball, Matchball. Matchball. Oh mein Gott, Digga, Stil, komm. Also, die Frage lautet, passt auf jetzt, die vierte Frage. Stil, bitte, bitte, Stil. Wie viele Klicks macht KS Freak zur Zeit pro Monat? Ihr habt ab jetzt 15 Sekunden. Stil, du musst anfangen. Ja, 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 ja. Pro Monat, KS Freak, pro Monat im Moment. Du hast noch 15 Sekunden, 10 Sekunden hast du nicht so. Ich sag, ich sag, ich sag, 950.000. Pro Monat, Digga. Achso, pro Monat, achso. Ähm, ja, dann, dann, ähm, 23, 23,5 Millionen Klicks. Oh shit, okay. Du sagst, wie viel sagst du? Alter, ich sag 20, ich sag, nee, ich sag, warte, 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 warte. Matchball. Warte, wie viel hast du gesagt? Alter, ich hab 23,5, Digga. Ich hab so viel gesagt. Ich sag 20 Millionen. Oh no. Steal, Digga. Bro, ich hab gewonnen, ich weiß es, Digga. Er hat gewonnen. KS Freak macht 24 Millionen pro Monat. Oh, BIT. No. Er steht 2, 2. Oh mein Gott, die letzte Frage. Alter, wie knapp das ist. Digga, 20, das wusste ich, dass er auf jeden Fall nicht unter 20 hat, Digga. Oh shit. Fuck, Digga, das wäre echt heftig, Alter. Es geht darum, wer seinen Kopf in die Toilette steckt, ne? Ja, 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 ja. Fünfte Frage lautet, wie viel Klicks hat der Freestyle von Haptic Rush, er nennt sich Scheiß-Sniper, zu diesem Zeitpunkt? Ihr habt 15 Sekunden der Zeit, überlegt da genau. Gönn dir, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Überlegt da genau. Äh. Ihr habt noch 10 Sekunden Zeit, sag, du musst als erstes. Du hast noch 5 Sekunden. Überlegt genau. Scheiß-Sniper ist der, der Freestyle. Boah, Digga, ich hab keine Ahnung. Ich sag, ich muss jetzt sagen, ich sag einfach... Ja, ab jetzt musst du jetzt sagen. Wie viel? Ich sag 800.000. Ne, warte, 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 ich korrigiere. Eine Million einfach, ich sag eine Million. Okay, ich sag 600.000. Oh no. Ne, warte, 700.000, ich korrigiere auch. 700.000. Digga, halt 2. Ja, du hast auch korrigiert, ich darf auch korrigieren. Ich korrigiere schon 800.000. Nein, 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 du hast eine Million, du hast einmal eine korrigiert. Ja, warte, jetzt. Beide sagen jetzt ihre Antwort, jetzt. Ich sag 900.000. Ja, 700.000, Digga. 900.000. Okay, der Freestyle-Sniper zu diesem Zeitpunkt ist 670.000 Klicks. Das bedeutet, Russat muss sein Kopf in die Toilette schwingen. Ey, Digga, wo wusstest du das? Wunderbarer, der Scheiße. Digga, ich dachte, das wäre der Viralste. Er ist auch der Viralste, Digga. Ja, ich glaub schon. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns direkt bei der Bestrafung bei Russat in der Toilette wieder. So, Leute, da ich die Bestrafung verloren habe, müsst ihr dieses Video liken. Ich erwarte mindestens 7.000 Likes. Ich finde das richtig ekelhaft. Und der Russat muss seine Mütze abziehen. Machen wir das ganz schnell. Digga, Alter. Leute, mindestens, mindestens 7.000 Likes. Oh Gott, Alter. Fuh, Fuh. Dusche. Oh no, das hat er nicht getan. Er hat nicht seinen Scheißkopf in die Toilette gesteckt und angemacht. Holy shit, Jungs. Okay, Leute, wenn ihr jetzt noch mehr Videos sehen wollt, die Videos von Russat und von Stihl sind auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt ihr auf jeden Fall mal ab. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet, wenn wir hier die 6.000 Likes schaffen würden. Das wäre richtig korrekt von euch. Vielleicht sogar die 7.000 Likes für Russat. Für diese richtig eklige Bestrafung. Und dann würde ich noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Live your time. Gönnt euch was. Und ciao. Bis zum nächsten Video.